so meine damen und herren wir sind wieder da fünf legenden und ich muss natürlich leider sagen ist der käsekuchen war aus es gibt keinen käsekuchen jetzt gibt es auch für strudel guck mal seine rote nase bei tim es wie geht es dir ich hoffe dir geht es gut wir spielen einmal ja komm was ist das leichtstandards zwischendüftler vier haben gewartet es gab keinen käsekuchen also ich muss mal sagen ich bin ja von dem aldi nicht so überzeugt aber eins muss man sagen wenn du darum 19.50 reingehst du wirst nicht dran saliert ja du kannst in aller ruhe deine sachen einkaufen es ist eigentlich unglaublich du kannst in aller ruhe deine sachen kaufen und auch wenn es 20 uhr ist es kommt nicht diese standard durch sage bitte verlassen sie sofort auf der stelle das gelände auch das nicht sondern die sagen gar nix colin hi wie geht es dir so also käsekuchen ist aus es gibt keinen käsekuchen ja ja ich bin da hörst du mich eins zwei drei test links links hinterm hartmann stinkt links links hörst du mich ist rausgegangen warum ich bin so nett und freundlich man geht nicht einfach raus wenn der nils da ist hi super dragonhardy so jetzt kann ich warte mal ich werde den hier mal unterstützen hier jetzt können wir in ruhe wieder weiter machen call in bei giga tv gab es mal ein call in bist du der das wie lange noch wie lange was was meinst du bis der schöne apfelstrudel aufgedaut ist und bis der schöne apfelstrudel warm aus dem ofen kommt morgen früh morgen tomorrow aber es gibt ein rauchbier für alle über 18 jährigen denen sagt das was der stream bis 22 uhr 22 vielleicht bis 23 uhr ich weiß es nicht schauen wir mal da und kollin wie geht es dir morgen schule arbeit ausbildung studium rände was machst du morgen so Ach, hallo, Arturo. Warum ist Arturo nicht hier oben? Hier oben, hier oben. Ich verstehe es nicht. Bleibe vielleicht bis Ende. Ende. Na, schauen wir mal. Bleiben wir bis Ende. Ist das meine? Okay. Oder ist da einer rausgegangen? Ist da einer raus? Ja, Gwen. Was bin ich denn? P2. Okay, dann war das meiner hier. Schule? Na, dann kannst du aber nicht bis 22 Uhr bleiben, wenn du morgens Schule hast. Das hat Johnny auch immer probiert. Johnny hat das auch immer probiert. Aber das können wir nicht machen. Ausgeruht sein. Also ich sage mal so, es gab Schulklassen oder wie sagt man das? Schulstufen. Die habe ich immer als sehr angenehm empfunden. Aber es gab auch Schuljahre, die nicht schön waren. Und das waren halt grundsätzlich immer die Lehrer, ne? Das war halt so. Lehrer waren immer Arschlöcher. Jetzt muss ich mal schauen. Ich könnte eigentlich auch gleich. Das dauert halt immer so lang. Ich bin Schweizer. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Schweiz. Okay. Ist das da, wo der Ding herkommt? Ich lasse jetzt sein, nochmal nicht. Fünf Zuschauer. So, dann lasse ich jetzt die hier mal laufen. Dann kann ich mal mein eingekauftes auspacken. Also wie gesagt, im Aldi, die lassen dich in Ruhe, auch wenn es zwei Minuten vor Ende ist, bis so was sie zumachen, Zürich. Und das finde ich toll. Keine nervige Durchsage, so nach dem Motto, schleicht dich, wir machen jetzt zu. Gar nichts. Das fand ich sehr angenehm. Jetzt müssen wir mal den Ton prüfen. Wir prüfen den Ton. Ja, der geht. Der geht ganz gut. Vor vier Stunden habe ich den Stream angemacht, zusammen mit Zool. Dann hast du nur dann, du bitte morgens schulen. Und jetzt sag nichts Falsches. Jetzt sagst bitte nichts Falsches. Wie lang bin ich schon auf YouTube? Wie lang bin ich schon auf YouTube? Da müsst ihr jetzt nochmal nach. Sagen wir mal nachschauen. Warte mal. Was habe ich denn meinen? 20. April 2016. 20. April 2016. Ja. Ja, und am 19.06. 2016 den zweiten Kanal aufgemacht. Ja. Was haben wir noch einen? Wir haben nur noch den anderen. Wie alt ist denn der? Ja. 20. April. Da ist der dritte auch am 20. 16. Nichts für den. Ui. Ja, gewonnen. Biste Mann. Biste Leute. Bistes Team. We are so good. We are... Nesschen.